Kommen wir nun zu den Protokollen und Anwendungen im Internet. Protokolle sind Vereinbarungen über die Kommunikation in verteilten Systemen. Und das höchst verteilte, komplexeste System, das wir kennen, ist das Internet. Protokolle ermöglichen erst Anwendungen, indem Regeln spezifiziert werden. Wir schauen uns das an. Das wichtigste Internetprotokoll oder die wichtigste Internetprotokoll-Familie ist TCP-IP. Es ist schichtenorientiert, wie die Abbildung hier vorne zeigt. Darauf gehe ich kurz ein. Wir bewegen uns, wenn wir im Browser unterwegs sind, auf dieser gelben Ebene. Wir tippen eine URL ein. Beginnen mit HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash und dann den Domain-Namen. Und wenn Sie nichts angeben, meinen Sie immer die Index-HTML-Seite. Das ist eine Nachricht, eine HTTP-Nachricht mit der Methode GET. Das heißt, wir wollen sie uns nur vom Web-Server holen. Das kommt eigentlich recht trivial rüber. Ist aber als oberste Schicht in dem ganzen Stapel von Protokollen auch die abstrakteste und damit einfachste. Letztendlich muss alles runtergebrochen werden auf physikalische Rechner. Das sind die physikalischen Adressen des Absenders und des Empfängers. Das ist die MAC-Adresse. Sehr komplex. Das sind 6 Byte, 48 Bit, hexadezimal gruppiert. Und hier kommunizieren also diese beiden physikalischen Rechner in einem Rechner-Netz. Wir haben davon gar nichts gesehen. Wir haben einen Domain-Namen angegeben und eine Ressource namens index.html. Die Protokolle in den einzelnen Schichten, vier an der Zahl, regeln den Datenverkehr. Also wie groß die Nachrichten sind, die Pakete, die Segmente, die Frames. Das ist Jargon auf den verschiedenen Schichten. Wie gewährleistet ist, dass auch alle Pakete vermittelt worden sind. In der richtigen Reihenfolge, also zuverlässig, verbindungsorientiert, end-to-end, von an. In der untersten Schicht, der Netzzugangsschicht, haben wir das Ethernet in aller Regel. Darüber müssen wir die Adressen vereinbaren, die Internetadressen von Absender und Empfänger. Das kennen Sie schon. Die IP-Adresse, 4 Byte, derzeit noch in Blöcken dezimalkodiert. So etwas kann man sich nicht merken. Man hat ja dann auch die Domain-Namen eingeführt. Und einer symbolischen Adresse sind mehrere Zugänge zugeordnet. Das sind Endpunkte der Kommunikation, sogenannte Ports des Empfängers, des Port 80 für HTTP und des Absenders, irgendein spezifisches Protokoll auf diesem Port. Wir sehen, wir haben die Komplexität durch das Einführen von Schichten und unterschiedlichen Protokollen in jeder Schicht erheblich reduziert. Wir Webentwickler müssen uns eigentlich nur hiermit beschäftigen. Schauen wir uns aber dennoch einige Protokolle im Detail an. Begonnen hat das Ganze 1969 bekannt im ARPANET. Dort hat man das Network Control Protokoll definiert. 1971 bereits ein Mail-Protokoll für den Austausch elektronischer Post. Dann bis heute, das können Sie auch in Ihrer Konsole ausprobieren, das Telekommunikations-Network-Protokoll, die Terminal-Verbindung, kurz Telnet. Die Konsole ist für Sie ein Telnet-Client. Und wenn Sie im Netz der Netze einen Telnet-Server kennen, der dieses Protokoll zulässt, dann können Sie darüber mit ASCII-Kommunikation, also normale Tastatur-Ein- und Ausgaben, den Zielrechner steuern. Das war nicht sicher. Die Passwörter gingen im Klartext rüber. Dieses Protokoll ist im Netz in der Regel gesperrt. Deswegen konnten wir auch nichts dahingehend an Übungen definieren. Wir wollten eigentlich auch im Kurs das File-Transport-Protokoll verwenden. Klassisch in der Web-Entwicklung, dass Sie Ihre lokal entwickelte Website über FTP auf den Web-Server bringen. Das ist dennoch relativ komplex, der Austausch der Dateien über das Netz. Deswegen haben wir uns für die Git-Schnittstelle der Cloud von Cloud-Control entschieden, weil das ist das Standard-Tool in der Entwicklung schlechthin. In der Vermittlungsschicht, wie angesprochen, die Internetadressen, die Vereinbarung von weltweit eindeutigen Adressen. Und darüber das Transport-Steuerungs-Protokoll TCP over IP 74 definiert. Das hatten wir und ist heute der Standard auch bei den Firmen in unternehmenseigenen Netzen. Apple Talk, NetBIOS, Novell und Ähnlichem. TCP-IP wird zur Erfolgsgeschichte. Im Usenet, also der Vernetzung universitärer Rechner in Europa hauptsächlich, wurde das Protokoll für die Newsgroups als Form definiert. Das wird der ein oder andere Uni-Absolvent aus der Zeit noch sehr gut kennen. 87 hat man gesagt, die 4-Bite-Adressen kann sich kein Mensch merken. Wir brauchen klingende, merkbare Namen. Man kam zu den Domain-Namen. Synchrone Kommunikation, Chat, wie wir heute sagen würden, gibt es seit 88. Und dazu das erste Protokoll, das IAC-Protokoll. Für uns relevant ist das Hypertext Transfer Protokoll, weil es ist in der Anwendungsschicht des TCP-IP-Stapels die oberste Ebene und danach im Prinzip für uns auch relativ einfach zu handeln. In den 90ern des letzten Jahrhunderts gab es eine Konkurrenz zu Beginn zum WWW-Vorschlag von Tim Berners-Lee mit seinem HTTP- und HTML-Ansätzen. Und das war Gotha. Hat sich nicht durchgesetzt. Einer der ersten Browser 1993. Den ersten hat Berners-Lee geschrieben. Kommen wir nächste Woche dazu. Mosaic. Wie sah eigentlich so ein Browser aus? Einen Moment. Da hatten wir was bei Telnet. Da ist er. Jo, da würden wir doch sagen, da kann man an der Usability noch was optimieren. Aber zur damaligen Zeit war das top aktuell, innovativ, wegweisend. Mosaik. Sie haben schon im vorangegangenen Screencast gehört. Ab den 90ern wurde das Internet kommerzialisiert. Die Netzzugänge wurden von den nationalen Telekom-Unternehmen realisiert und angeboten. Und naja, das verlangt natürlich eine sichere Transaktion, eine verschlüsselte Transaktion. Und die Koptisierung wurde über Secure Sockets Layer von Netscape, einem Browserhersteller, 95 eingeführt und ist heute Standard. Sie rufen Asnova EU, aber auch iversity.org mit HTTPS auf. Und ja, es gibt über 500 weitere Netzwerkprotokolle und Sie glauben mir, dass ich die jetzt nicht zitieren werde. Ein letzter Leseauftrag in diesem Kapitel, gut gemachte geschichtliche Darstellung des Internets von Cameron Chapman, in a nutshell, mit vielen Bezügen zu den Protokollen und den Anwendungen, das war Thema dieser Lerneinheit, mit Links auch auf noch existierende Websites, wo Sie das Ganze ausprobieren können.